Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arkham City! So, weg! Komm her hier! So, aber jetzt. Nach einer kurzen Pause zwischendurch. Ich glaube, ich bin gerade auf der falschen Seite. Obwohl man ja auch hinten rein kann. Das ist egal. So. Okay. Bang, bang! Order in the court. Hä. Hä. So, Schluss jetzt. Der Scharade. Herkommen. Hey! Zack. 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 So. Jakob. Riddler. Talk. Oh, crap! Okay, okay, I just help him out! Thanks for your help. So. Ich bin an mir hier als erstes. Ich wollte es nicht machen, aber er hat mich gemacht. Er hatte meinen Freund. Er hat einen Knopf in seine Beine. Das bedeutet, es ist all meine Schuld, aber er würde ihn töten. Wo ist er? Er ist verrückt. Er hat mir gesagt, dass alle aus der Kirche rauskriegen. Er hat gesagt, dass sie alle sterben würden, wenn ich nicht. Und... Ich hatte Angst. Er hat dich blämmt. Du bist jetzt sicher. Er hat mir gesagt, dass ich etwas erzählen würde. Er war sehr, sehr spezifisch. Es sind nur ein paar Zahlen. 2, 7, 5, 3, 2, 5. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeutet. Sie klingen wie eine Radiofrequenz. Okay. 2, 7, 5, oder? 2, 7, 5. 2, 7, 5. 2, 7, 8. 2, 7, 8. 2, 7, 8. 1, 5. 3, 8, 9. 4, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 18, 20, 20. Ach, alles klar, ein Secret, ein Geheimnis. Das nervig. Na, an den kommen wir ganz später. Das ist unsere Zeit sowieso nicht wert. Gut, 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 gut. Haben wir noch irgendwelchen Side-Stuff, den wir erledigen können? Doch, doch. So sieht's aus, Leute. Wir haben eine positive Idee, Bat-Man. Er schickt all kinds of ass down there. Noch mehr. Könnten nicht alle auf einmal kommen? So. Gut. Gut. Einen Scheiß habt ihr. Verschwende es. So, wir gucken uns erstmal wieder um diese dämlichen Idioten hier. So. Tja. Sehen wir uns einfach ein bisschen um. Hm. Ja. Riddler Hostage. Okay. Aber um den wollten wir uns ja später kümmern. Die ganzen Titan-Container, da kommen wir später noch hin. Gut. Gut. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg ins GCPD. Ich hab ja ein bisschen Story-Kram gemacht. Na komm. Irgendwo. Sehr schön. Das ganze Riddler-Zeug. Das ganze Riddler-Zeug, ja. Ja gut. Die gab's irgendwo, dachte ich. Ne, doch nicht. Egal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gut. Keine Ahnung, wie man das nochmal erledigt. Ach ja, hier. Durch irgendeinen elektrisch geladenen Dingsbomb. Ach, ich bin doch blöd. Das kann ich doch schon erledigen. Damit. Hehehe. So. Kabbalui. Und weiter geht's. Bats. Shut the fuck up. So. GCR. Wo müssen wir hin? Ich glaub, wir sind schon zu weit. Wir fliegen gerade in die falsche Richtung. Wir fliegen gerade in die falsche Richtung. Ah, hinten müssen wir hin. Was ist einer mit einer Waffe? Gefällt mir gar nicht. Toll. Ich hab das vor. Ich hab das vor. So, eigentlich wollte ich hier nicht so reinrauschen. Hey! Was bist du für einer? Auf hier? Joker's crew are looking for Mr. Freeze. Penguins guys went into the building, and Jokers have spent the last God knows how long trying to cut their weight. Hm, na schön. Da haben wir einen. Da, die anderen drei. Okay. Da, 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 da. Shit. Die engen alle zu nah beieinander rum. Das ist nicht schön. Seht euch doch einfach ein bisschen um, ma. Da brüllt's noch lauter rum. Scheiße! So. Ich hab nebenbei noch ein Profet gefunden. Hört ihr das nicht? Oh. 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 Da, habt ihr den Knall nicht gehört, den Trottel? Ja, habt ihr den Knall nicht gehört, den Trottel? Hehehehe. Hehehehe. Nicht in deiner Nähe. So. So. Erledigt. Was haben wir hier? Wupp. Guck mal. Schon wieder ein Telefon, ne? Ja, ja. Ist ja gut. Hehehe. So. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Wir können den Pinguin abhören. Diesen kleinen Drecksack. So. Und rein da. Na schön. We're still outside, Mr. Cowboy. Good. Make sure it stays that way. No problem. I listen up. Boss wants this place help type. No one in or out. You see what a Joker's crew waste him. What about Batman? Kill him to it. Just like that? Just like that? Haha. Wenn er das hinbekommt. Ah, hier komme ich nicht rein. What does it look like? How do I? So how will we know when we find him? Penguins thugs have got this room locked down tight. I need to find a different way in. What does Freeman do here anyway? No idea. All I know is Penguin wants it. It's good enough for me. Gut. Dann geben wir eben eine andere Route. Was da hinten ist noch gesperrt. Dafür brauchen wir den Seilwerfer. Ach ja. We can't find it. It's not here. Let's get this straight. Are you telling me that you are all so incompetent that you need me to come down there and help you, Sergio. Wäre schön. Eh, no. I mean... Well, it sounds like that's what you were saying. Please, Mr. Cobblepot. I didn't mean it. We'll find you. Oh yeah. One last thing. I hear Batman's cover you away. Good luck. Hahaha. Warum haben die nur Schiss vor dem? Vor diesem kleinen Drecks genommen. So. Hehehehehe. One back. Ah, nice. Ah, nice. You heard what the pencil says, right? Hahaha. So. Where the hell are you? You were right. I found someone. What? Emotion my defuncter. Wake up. Do you hear me? Wake up. Huh? I'm sure I came from over there. Okay. Umgespiele nützen sie jetzt gar nicht. Ah, der Typ da ist ganz allein. Woah. What the fuck? Das ist ja dahinten allein. Ja. Oh shit. Jetzt dreht er sich auf einmal um. Verflucht nochmal. Sogar halt nochmal aufschnebt mir egal. So. Wieder einer weniger. Hopp. Oh, der erste Befehl gegeben. Da und. Oh. I found another one. Hehehehe. Hehehehe. Woah. Zwei sind's noch. Woah. Du dann nicht. Sehr cool. Hehehe. Du dann nicht. Du dann nicht. Du dann nicht. I found someone. Please. I give up. Look at me. I'm dropping my weapon. You don't need to hurt. You better not piss me off by dying. I don't have to wake you up to kill you again. Dad. Where comes trotzdem her? Where's Freeze? He's in the museum. Penguin's got him. I'll have to cut that tongue out of your head, boy. I don't have people tellin' tales on me. No, I'm sorry, Mr. Cobblepot. Wo ich das das erste Mal gezockt habe, habe ich erst gedacht, dass hier einer von diesen Titanentypen reinkommt, aber... Oh, shit. So, das heißt, wir müssen ins Museum. Oder dieser kleine Drecksack jetzt die Schotten dicht macht. Yep. Der Penguin hat seine Hände auf Friesen und hat mich in dem GCPD-Bilding gebrochen. Du merkst doch, dass du eigentlich sterben, wenn du diese Kürze nicht bekommst. Danke, dass du mich erinnern hast, Alfred. Ich bin in einem Polizumbild. Kobbelpots hat natürlich ein bisschen offiziell gebrochen, um ihm die Lock-Code für die municipale Strukturen zu geben. Ich downloade die Lock-Code gerade jetzt. Du kannst die einfach downloaden. Der muss bestechen. Super, Benz. Ah, hier. Alles klar. Gut. Jetzt können wir auch einige... Ja, genau. New Gadget Upgrade. Ja, wahrscheinlich Distanzerweiterung und Energieverstärkung. Könnten wir gleich als nächstes machen. Sobald wir das nächste Upgrade haben. So. Scheiß Broschen, meinst du mal. Custody, ne? Das passt. Aufmachen. Kaboom. Wer mit der Trophäe. So, und jetzt gehen wir hier raus. Batman und Quark. Blah, Kaboom. Ne? Bestimmt nur, Schussbray. So. Ähm. Wir haben jetzt diese komische... Blah, blah. Zum Entschärfen oder zum... Weh. 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 Say, I told you it'd work. Blowing the bridges, come off the clouds' forces. Easy. But Mr. Cobblepot, we're still two. So, we can't get back. And your point is... Well, it's just... You've left us over here with the Joker's crew. Try and take some of them down before you die, son. Tja, was arbeitet er auch für so'n kleinen Drecksschwein? So'n kleinen Dreckssack. So. T3, continue your patrols. Out. So. Was haben wir hier? Ja, einfach nur über alle gehen. Alles klar. Gut. Catwoman unlocked. Ja. Die hängt bestimmt immer noch bei Ivy rum. So, wo könnten wir als nächstes hin? Das ist unser Hauptziel. Aber ich schätze mal. Na, die letzten paar Minuten werde ich noch ein bisschen Zeitkram machen. Naja. Da ist noch eine Rante, die wir einprügeln können. Oh, top. So. Black Mask. Roman Sionis. Das ist irgendwie dasselbe wie der Penguin, nur weniger nervig. Ey, seid ihr taub? Er hat gerade gebrüllt, dass ich hier bin. Ah, shit. Zu nah dran an dem Typen. Und erledigt. Gut. Ah, von mir aus. Verneiden wir den nächsten Anruf von Zass. Wo er von herkommt. Ah, hier unten. Ah. Ah. Scanning. Gut. Missed das Ass. Zzzz... Zzzz... Hehehe... Na komm... Oh, wo? Das ist wahrscheinlich besser... Ah, da... Alles klar... Hehehe... You made it. I think I will continue my story. I feel the need to talk, to confess maybe. I was rich and alone, but not for long, of course. I took to gambling. Or maybe it took to me. If only I had been good at it. Ah, I may not be where I am today. As my life spiraled out of control, I desperately formed a plan. A plan to win back my parents' money and be happy again. It didn't work, of course. Plans like that never do. But as I stood outside the Iceberg Lounge on that hot summer night... I remember feeling something. Hope, maybe. It's a good point. Oh no... Oh no... Yeah... Bevor ich gar nicht bemerkt... Sollte ich meine Kuglocker im Hals hängen... Zack. Ja, für euch vielleicht. Und zack. Ende Gelände. Gut. Ja, für euch. Nicht so schnell, Mensch. Wir wissen, wie viele mehr von ihnen gibt. Ich bin nicht mehr. Nein, aber ich mag die Flöten. Wie machst du das? Ich habe die Flöten auf eine Kamera in der Sektor 2. Ich habe die Flöten. Ich habe die Flöten. Der Joker hatte diese Flöten. Es ist ein Schmerz. Ich habe die Flöten. Die Flöten der Flöten. Die Flöten der Flöten. Er hat sich selbst verstanden. Ich habe die Flöten. Ich habe die Flöten. Ich habe die Flöten. Zack. Und Ende. So, nächstes Upgrade wahrscheinlich jetzt. Hehehe. Ihr seid die Nächsten. Und ich würde sagen... Das würde mir ja gef... Ach ne, das ist der Boost Kick. Das ist was völlig anderes. Ähm. Oder? Ne, das ist was anderes. Wir wollten ja... Range Amplifier wäre vielleicht am besten. Erstmal Reichweite. So. Und jetzt seid ihr da oben dran. Hahahaha. So. Für euch auch weg. Hier noch was? Nein, verrammelt. Oh je. Hier gibt es viel zu viel zu tun. Und wir haben viel zu wenig Zeit. Und vielleicht sollten wir mal ein bisschen durch die Gegend schlattern. Und versuchen noch ein paar Riddler anleiten. Hey Leute. Eigentlich wollte ich das da. Hey. Mann. Hallo, es kommt her. Ne, bis jetzt noch nicht. Komm. Ist ja wirklich nicht mehr. Irgendwie hab ich das Gefühl... Das sind wirklich alle. Okay. Zack. Zack. Flatsch. Ich bin nicht. Ja, näh nicht. So. Da oben hängt noch einer rum. und liegt ein Verstorbener rum. Das ist ja mal interessant. So. Sagt schön Danke. Nein, der will sich natürlich mit mir anlegen. Schönen Mann. Der hat sich versteckt. Ach, ey, ey. Seht mal an, was wir da haben. Basil Carlo. Ist der Terror. Playface. So. Noch irgendwo was. Hey, Hilly. Ah, shit. Jetzt ist der weg. Gut. Jetzt geht das. Gut. Sind denn hier schon wieder welche? Hehe. So. Boah, das gibt's doch nicht. Ich mein, klar, irgendwann kommen die schon immer wieder, aber... So schnell vielleicht? Knacks. Oh. Oh, das war voll ein Bürgersteig. Das kam nicht gut. No subject. Auch nichts. Hm. Gut. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen planlos, aber... Wie ich gerade gemerkt habe, wir haben sowieso schon unsere Zeit erreicht. Also, ich mach hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tata!